Da sind wir mal wieder bei Clash of Clans. Ja, heute Abend nehme ich noch ein wenig auf und dann hat sich die ganze Sache auch, ja, Clash of Clans in letzter Zeit hat man wieder Bock drauf. Was habe ich denn hier? Ich kann was abholen und zwar kann ich von der Goldjagd für, dafür dass ich eine Million Gold geklaut habe, 10 Juwelen bekommen. Das habe ich jetzt auch getan und jetzt würde ich ganz gerne mal die Mauern upgraden. Und zwar, ich glaube, es ist wichtig, die Äußeren hier erstmal abzugehen, weil da kommen, ich sag mal, die Leutchen alle immer her, sehe ich ja. Wenn die Leutchen mich angreifen, ach, kommen sie von da und dann, da ist ja auch der Goldspeicher, das ist eigentlich nicht so optimal, wie ich das platziert habe. Ich werde das demnächst, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, mal nach einem Plan machen, wie ich das Ganze mache, weiß ich noch gar nicht. Das steht noch gar nicht fest, wie ich das mache. Ähm, da, da, ach, ich könnte ja auch die ganze Reihe nehmen, aber habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht. Ich kreise das jetzt alles mal hier ein. Ich glaube, dann sind wir auch, ich sag mal, ja, fertig damit, so. Und das nächste, und das sind unser Gold auch schon alle. Jetzt haben wir es alles in Gold gemacht, sehr schön. Ähm, ich habe eh kein Schild, also greife ich mal jemanden an. Habe ich überhaupt Truppen? Habe ich überhaupt Truppen? Weiß ich nicht. Ähm, ich schaue mal. Ich schaue mal. Ja, ja, ich habe Truppen, ich habe welche. Gut, dann, dann gucke ich mal. Ich muss mal wieder in meine, in eine Liga kommen. Das müsste ich eigentlich schaffen. Eigentlich. Aber was ist hier schon eigentlich, ne? Ähm, ich gehe mal trotzdem weiter. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ähm, der ist eigentlich sehr schön. Ich sag mal, von dem Bau ist der sehr schön. Ähm, ähm, will ich das schaffen? Weiß ich nicht. Ach komm, dener, dener. Ja, dener versuche ich jetzt mal. Ach, ich habe hier keine Mauerwerfer. Scheiße. Diese Mauerdinger, die habe ich hier gar nicht. Gut, dann nehmen wir da mal ein paar Bogenschützen hin. Und Heiler nehmen wir da auch. So. Oh, scheiße. Das doofe ist ja, da hinten ist ja noch die Luftabwehr. Oh. Machen wir die denn? Da. Oh. Scheiße. Das ist Kacke. Das habe ich jetzt ein bisschen Kacke gelöst, weil da wirklich die Luftabwehr ist. Die das Ganze so ein bisschen scheiße macht. Aber guck mal, die Heiler, die Heiler hat Ganze auch. Und das ist da, sag ich mal, sehr schön gemacht. Ähm. Soll ich jetzt meinen Drachen da opfern? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hm. Die Luftabwehr steht leider noch. Gut. Dann bringe ich den... Och, Drache. Nein. Der Kackdrache, der soll mal richtig arbeiten. Oh, scheiße. Jetzt werden die Heiler schon wieder gefährdet. Das ist natürlich nicht so toll. Eigentlich sollte der Drache das tanken. Aber... Ja, jetzt werden die Heiler hier getankt. Schade. So. Aber gut. Dann ist der Heiler eben noch nicht so stark getroffen. Äh. Ja, ist ja nur einer getroffen worden. Das ist ja nicht so schlimm. Und dann gehen wir mit dem ganzen Rest. Das ist das Gute an dem Heiler. Die Heiler, die heilen die immer hoch. Und so können sie nicht so leicht sterben. Das finde ich praktisch. Und dann noch der Drache. Der hat ja je etwaige Vorteile, die ja eigentlich, finde ich, sehr schön geeignet sind, um so einen Kampf für sich zu entscheiden. Oh Gott. Da bist du jetzt so dumm und greift das an, dann statt das. Na gut. Ähm. Oh, Beute ist da eigentlich ganz viel. Gut. Dann können wir das nächste direkt upgraden. Weil der hat viel Elixier, sehe ich gerade so. Elixierlager sind ganz hoch bei dem. Noch die Magier. Gut. Ich muss gleich mal schauen, was ich wieder neu produzieren muss. Weil diese Aufstellung ganz gut war. Elixierstreich. Uh. Haben wir ja direkt wieder neue Juwelen gekriegt. Weil wir so viel Elixier geklaut haben. Sehr schön. Und der schießt immer noch so armselig da drauf. 98%. Und ja, der Armbogenschütze es dauert und dauert. Und dann kommen die anderen Truppen von da an. Und schießen das Ding da ab. Das Elixierlager. Das hat echt viel Leben, weil zu voll ist wahrscheinlich, ne? Zack. Und da haben wir es auch noch. Zehn Riesen. Fünf. Zwei. Fünf. Zehn Riesen. Zwei Heiler. Fünf Magier. Gut. Gut, gut, gut. Ähm. Machen. So. Zwei Heiler. Und. Fünf Magier. Ähm. Dann noch. Zehn Riesen. Zack, zack, zack. O9. Dann hier noch ein. Und. Ähm. Da könnten wir eigentlich noch Mauerbrecher. Anstatt der Bogenschützen machen. Aber gut, dann machen wir einen Bogenschützen rein. Was haben wir denn hier bekommen? Nur Elixier. Stähle. Eine Million Elixier. Und dann haben wir zehn gekriegt. Sehr schön. Dann kann ich ja hier mal wieder was. Ist mir eigentlich egal, was ich dann da bekomme. Ähm. Wobei doch. Droche, bitte, wäre ganz schön. Und guck mal, jetzt sind wir auch schon wieder in der Liga hier. Und. Ja, kriegen da auch dementsprechend wieder Bonus. Ähm. Ja. Schön. Gut. Ich würde an dieser Stelle die Folge beenden. Es war eine sehr kurze Folge. Es tut mir leid. Aber. Ja, ich weiß jetzt. Warte. Warte, warte, warte. Ich habe einen Arbeiter frei. Gut. Dann kann ich eben nochmal. Hier das upgraden. So. Und. Dann habe ich das auch gemacht. Und an dieser Stelle würde ich dann die heutige Folge beenden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder einen Kommentar da lasst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Clash of Clans an dieser Stelle wieder. Aber ich würde mich sagen, wir tun raus. Und dann sehen wir uns in der Tatjok – dio. Das ist natürlich eins thích. Es重 vor mir da. Ich sage dich. Okay. Sche sag.